moin moin ich bin's euer flatti herzlich willkommen zu einem kurzfristigen video von mir ich werde in diesem video auch keine leute grüßen ich habe ich habe hier nämlich was schön leckeres ich habe keine ahnung was das ist ich bin bei irgendwelchen kollegen haben das irgendwie für mich zusammen gemischt ich habe keine ahnung wie ich darauf reagieren werde das wird bestimmt noch am ende des videos noch aufgelöst und jetzt jetzt trinke ich das einfach mal los geht's so wegechsen kann man das zeug wirklich nicht dafür sind zu viele körner drin und es ist ganz schön abgang scharf im abgang so ich trinke mal weiter uha da verschlägt mir das echt die stimme das ist echt scharf ihr hört das vielleicht schon im hintergrund einer lacht sich gerade kaputt jalapeño wasser mit pepperoni ihr habt gehört jalapeño wasser mit pepperoni es ist sauscharf aber man kann es auch irgendwie trinken ich verabschiede mich schon mal von euch bis zum nächsten mal diesmal ohne rülps